Ja 80k! 80.000! Kannst du das Mikro mal wieder richtig anziehen? Vielen Dank! Ja, also ich bin grad auch ein bisschen konsumiert mit so krass. Ich komm da grad auch nicht so oft klar. Steuerung! Ah! Wie geht denn der? La la la! Steuerung! Hallo Erik! Nee, 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 ich hab keine Waffe! Erik! Das ist mein Fiss! Ich kann nicht rennen, du Drecksack! Das sind keine Kiste, Leute! Das sind keine Kiste! Nein! Nein! Ich kann nicht rennen, ich weiß nicht warum! Ich hab mal so zu rennen! Wird die Map eigentlich kleiner irgendwann? Guck doch mal erst mal, da ist die Hand! Ich lauf einfach nicht in der Gegend rum! Muri hat ein Schwert! Muri hat ein Schwert! Ich hab keine Ahnung! Aber du bist noch im Loch einiges Schwert! Ja, aber dann hab ich nicht ganz kampflos aufgegeben! Ah, da ist er! Der alte Cheater! Du bist so ein Cheater! Nein! Nein! Oh no! Jawoll! Gib ihm Fisch zum Fressen! Du kannst ihn... Jetzt schmierst du mit Essen! Ich brauch voll Essen! Gib ihm Fisch! Lecker Blümchen! Lecker Blümchen! Gib ihm ein Schwert! Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Warte, warte, warte! Gib ihm ne Enderperle! Warte, du musst ihn zuschlagen! Ich leg ihn ab! Ich leg ihn ab! Ich schlag dich doch nicht! Ich hab ein Blümchen, ja? Du musst mal hier links drücken und F3! Warte, mal drück mal ganz schnell A! Untenrum rein bringt der auch nichts! Immer A gleichzeitig! Ich musste mit F3 drücken! Ich suche grad den Ausgang! Oh nein! Jetzt ist dir das Loch gefallen! Oh mein Gott! Jetzt hab ich's! Oh mein Gott! Du musst immer nach links drücken und in ein Loch fallen und dann nie wieder rauskommen können! Das ist ein guter Trick! Das ist ein sehr guter Trick! Ich wollte doch mit dem Wolfgang chillen! Ich wollte das mal reinfälzt! Guck mal Chris! Ich weiß wo der ist, ne? Nein, ich will nicht, ich hab Angst! Wow! Ist ein sehr guter Trick! Das wär mega witzig! Was sollen wir versuchen? Wär doch witziger als das hier! Was sollen wir versuchen? Minecraft-Master-Builder! Ja! Auch im Public! Kennst du das? Wie zum Henker! Ja wir können uns doch einfach... Wie bist du da reingekommen? Dein Henker steht vor der Tür! Komm da raus! Dein Henker steht vor der Tür! Bleib weg! Bleib weg! Bleib weg! So bist du da reingekommen! Nein, bin ich nicht! Kann ich mich selbst umbringen eigentlich? Ich find dein Loch sehr geil! Wo sind denn die anderen? Wer lebt eigentlich noch? Ich finde Artus Loch sehr geil! Ohohohoh! Ich hab mir das voll auf den Kommentar, der wichtig ist! Wie viel Schaden der macht da unten! Ja, weil er war ein krasser Schaden! Ja, ich hab's gegeben! Kennst du Master-Builder? Nee! Eigentlich hab ich noch... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fischgob gegen Mr. Morgan! Oh mein Gott! Fischgob sitzt in der Grube! Ich hab noch drei Herz! Au! 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 Ich hab ganz gewonnen! Du bist der Beste! Du bist der Beste! Ich bin der Beste! Panatholons! Panatholons! Ich hatte das noch Handicap! Ach was! Ja toll, weil er im Loch war! Darauf will ich mir nicht sein! Was? Geil! Ach so! Du bist doch... Wie bin ich denn gestorben? Da steht aber... Du hast mich getötet! Ja! Du hast mich getötet! Panatholons! 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 Wie denn? Wie denn? Nein! Das war ja nicht schwer! Das war ja nicht schwer! Du warst gerade abgelenkt! Ja! Mit einem Schwert oder was? Mit der Faust! Mit der Faust! Mit der Faust! Nein! Mit dem Schwert! Mit dem Schwert! Jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt! Ach so! Schwanger! Baby! Neun Monate! Arzt! Mutterschaftsurlaub! Schwangerschafts-Pickel! 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 Schwangerschafts-Gesichts-Streifen! Äh... Schwangerschafts-Urlaub! Schwangerschafts-Gesichts-Streifen-Pferd-Auto! Schwangerschafts-Hals! Hä? Äh... Äh... Günter Strack! Hä? Äh... Rainer Kalmung! Schwangerschafts-Bad! Was? Schwangere Friseurin! Ne! Was? Hä? Äh... Friseurladen! Auto! Was? Clown? Wand! Leute! Joker! Das ist ne... Das ist ne... Das ist ne... Schuhnheits-Operation ist das! Schuhnheits- oder Lippenaufbritze! Ein Video! Zimmer! Badschneiderei! Gronkh! Ja! Was denn? Was war's? Gronkh! Was? 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 Schwanger! Schwangerschafts-Streifen! Was? Oh nein! Das war sehr gut! Gronkh! Ist denn so! Nice! Ich hab' den Bart gezeigt! 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 Pass auf! Achso! Arschloch! Echt?! 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 Was? So! So! So ist Arschloch! Wie? So! Nein, so! So ist Arschloch! Und dann wollte ich das lecken! Und er... Und er kommt auf Arschloch! Ich hab' nur das gesehen! Achso, ja dann, ne? Es ist sehr wahr! Okay! Ähm... Zwei Sekunden! Hast du schon gezeigt? Zwei Sekunden! Ne, das brauch' ich gar nicht zeigen! Das wisst ihr in zwei Sekunden! So! Eins, zwei! Ich bin raus! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Warte! Pass auf! Drei! Zwei! Merkel! Woah! Ich hab' ich dachte... Alles klar! Dann darfst du mal aufstehen! Krass! Ich musste so schnell nicht sprechen, wie ich's mir gedacht hatte! Es kommt noch irgendwas! Nee! Wie heißt das Scheiß? Swambi! Oh! Ich wusste es vorher! Das Jugendwort des Jahres! Das Jugendwort des Jahres! Das Jugendwort des Jahres! Ja, aber welche Jugend? Ja, du hast es nicht benutzt, also bist du alt! Das ist tatsächlich ganz richtig Quatsch! Das ist tatsächlich ganz richtig Quatsch! Oh! 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 Shots of Fire! Zombie ist echt so ein Quatsch! Habe ich nicht die 39. Habe ich nicht die 39. Minute angesagt? Machst du ein Tor? Clever! Kein Druck! Kein Druck! Sepp muss einen Tor schießen! Ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das war sehr nett! Oh nein! 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 Riecht nicht einfach Spielmanipulation. Hauptsache zehn Tore, der Rest ist egal. Boah, das war doch mal ein Straftor einführen. Die italienische Liga ist tatsächlich, glaube ich, am überlegen, eine grüne Karte einzuführen für Fair Play. Das habe ich schon gehört, ja. Drinnen. Oh, der hat aufgeguckt, der Arsch. Das war aber ein Scheiße geschossen einfach. Der hat voll draufgeguckt. Ja, ja. Wie in der Kabine. Der hat draufgeguckt bei Pessoa. Der hat draufgeguckt. Der hat draufgeguckt, der ist der Knaller. Boah, wenn jetzt einer wüsste, dass du da im Bus stehst, Bram, ey. Wie. Oh nein. Oh nein. Mann. Da hat keiner gewusst, ich hätte Eis können, wenn ich da vorgeguckt habe. Der ist scheiße, der Arsch. Alle haben mir vorbeigelaufen. Verstehe ich das. Hier wird noch weitergespielt. Sehr gut. Der Bram, der Penner. Eine Ambrosruhne. Ich kann so nichts sagen. Ja, kann das sein. Ähm. Okay. Dann jetzt bin ich aber mal gespannt. Ein Regenschirm. Äh. Bogen. Bogen. Hier gelieven. 11. Bogenschütze. Jagd. Dinger, das ist aber kein Zwerg. Das hast du von Jay gehört. Das hab ich von Jay gehört. Das hab ich von Jay gehört. Das hab ich von Jay gehört. Ja. Und dann soll ich es nicht sagen, oder was? Soll ich hier noch 25 Stunden sitzen? Ja. Während er hier Zöpfe macht. Das macht doch Spaß. Und ich einfach gegen Zwerg kommen soll. Ja, aber es soll kein Zwerg sein. Aber es geht ja noch weiter, da fehlt ja noch was. Danke. Zwergeschmied? Ja. Ja. Aber ernst? Hörbein. 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 Mein Glückwunsch. Oh, dankeschön. Ich hab auch lange überlegt. Es war sehr verdient. Schön. Ich bin von alleine drauf gekommen. Du hast glaubst, warum meinte ich einfach Zwerg? Ja, wie soll man? Das hab sogar echt aufgehört. Das war mega ruhig so Sache. Warum meinte ich einfach Zwerg? Wie soll man ein Zwerg malen? Ich war voll auf Wikinger fixiert. Das heißt, eine Zwergenmütze? Eine Zwergenmütze? Das sind Schlimpfe! Was ist denn das für eine Zipfelmütze? Das ist ja keine Zipfelmütze! Leute! Leute! Mein Auge! Das ist ein Zwerg! Und er ist kleiner! Das ist ein Zwerg! Ich habe einen Zwerg gemalt. Und ich dachte, Vicky, meine Tochter. Wo wolltest du denn hier mit hin eigentlich? Na, Legolas und Gimli. Legolas, wer kennt die nicht? Holy moly! Aber an wen denkt man, wenn man einen Typen mit einem Pfeil nach oben sieht und mit einer Axt daneben? Legolas und Gimli! Ja, das stimmt schon. Ich rufe dich nicht an, wenn ich verstehe. Wir haben da unten auch neue Fehler gekriegt. Schrei halt die Stauze jetzt! Ja, 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 ja! Wow! Scheint hier so eine Controller aus dem Haus draußen laufen Leute rum. Gamescom! Yes! Und da sind die fünf Leute? Ja, wie soll ich denn jetzt 23.000 Menschen zeichnen? Das ist die Gamescom, meine Damen und Herren! Wow! Eindeutig! Das ist die Gamescom! Wow! Man hätte ja auch das Logo machen können! Ja genau, weil man dann G schreiben muss! Aber Tickets sind ausverkauft! Einfach nur den komischen Kreis mit dem Dreieck da drunter! Ja, komm ey! Quote Frage, ist das der Samstag? Der ist Mittwochmorgen! Ist doch erraten worden Leute! Also ich fand das gut gezeichnet! Ich auch! Aber was ist das hier? Der Teufel mit der Kettensäge! Evox! Die haben noch keine Pakete! Was? Knecht Ruprecht! Was? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das? Alibaba! Ah, Yoda! Ja! Achso! Die Füße haben ihn jetzt gemacht! Ah, Yoda! Das ist voll der Satan! Das sind die Ohren! Das sind keine Ohren, das sind Hörner! Du all bist ja nicht so haarig! Und das sieht aus wie ein Buttermesser! Das sind keine Haare, der ist schrumpelig! Das sind keine Haare, kann ich ja nicht sehen! Die Evox haben keine Maräte! Oh Gott! Wie soll ich denn gleich noch TTT spielen? Ich hab schon keine Stimme mehr! Das ist nicht schwer! Das ist ein Buttermesser! Was ist denn der Vorstellung, wie das rauskommt? Ich werde sie den nächsten... Wir gucken uns den nächsten Star Wars an und dann sehen wir das Licht! Das ist der beste Junge! Wir haben auch noch die ganzen Spiele, die kriegen wir doch alle gar nicht unter! Ja, ich weiß auch nicht, wie wir das machen wollen! Wartet mal ganz kurz! Ich bin gleich wieder da! Moment! Wobei wird der Bram da gerade gefilmt? Was macht denn der? Kann man da rauszoomen? Der ordiniert doch sicher, oder? Was macht denn der da? Ich bin gerade mega verwirrt so! Was zum Teufel passiert hier gerade? Der hat doch gerade gepisst! Der hat doch gerade gepisst! Was? Was? Kann man einfach mal so random einbringen, weißt du? Bei 70k geht die Kamera runter! Entweder er hat gerade gepisst, oder... Der hat 100 pro gepisst, das sah doch aus wie das Klo! Ja gut, aber es gibt ja hier auch Hinterräume! Vielleicht hat auch jemand vor ihm... Der steht doch nicht im Hinterraum und guckt die Wand an! Vielleicht hat ja jemand vor ihm gekriegt! Aber er geht mit dem Kameramann pissen? Achso, oder? Ja, verstehst du jetzt? Wo ist Mori? Vielleicht hat er noch einen ganz anderen Stream laufen! Ja genau! Wartet mal ganz kurz auf mich, ich bin gleich wieder da! Ihr quatscht ja noch 2-3 Minuten! Bitte, bitte, bitte haut noch raus! Wenn es geht natürlich, wenn ihr es nicht leisten könnt, dann macht es auf keinen Fall! Nein, nein, nein! Wenn es zu knapp wird im Monat, auf gar keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Aber wenn ihr zufällig einen reichen Onkel habt, der euch ganz doll liebt, oder kurzfristig verstorben ist und euch etwas vermacht hat... Oh mein Gott! Alter! That escalated quickly, also! What the fuck, ey! Oh ja, gut! 5000 Volt, oh geil! Wuuuuh! Achso, komm jetzt! Achso! Yeah! Oh, 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 oh! It's me, Mario, man! What's happening, guys? Yeah! Ich seh gar nichts! Wo sind... Was müssen wir drücken? Hallo Twitch-Community-Guidelines! Oh Gott! Oh Gott! Okay! Oh, was hab ich erst gemacht? Oh! Du hast den Anzug falsch rum gemacht! Ernsthaft? Zeigbar! Ja! Weißt du, Sixpack vorne hat ja jeder, weißt du! Da war ich dann doch mal lieber hinten! Wer hat denn... wer hat denn... Ne, das ist nicht doof! Wir werden das jetzt sehen! Gerade war's, dass wir beide in der Hand hatten und einer an den Schwung macht und der andere nicht! Ja, aber wodurch hat sich das... Denk einer bekommt einen Schwung. Ja, aber... Ah! Alter! Warum krieg ich den direkt ein? Alter! Was ist denn der Scheiß? Ich wollte jetzt hier trollen! Und den krieg ich direkt eingeschaut! Ich hab dann voll nicht realisiert, ich dachte, er ist jetzt gefaked! Weißt du, bei mir passiert so gar nichts! Ich dachte so, der Fake ist... Aua! Ey! Ja, du darfst das nicht gedrückt halten! Du musst das drücken, glaube ich, wenn's grün wird! Ach so! Ich hab direkt ein Abkommen! Ist das dann, wer zuletzt drückt? Ja, wer zuletzt drückt! Ey, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das Spiel noch spielen will! Ich weiß auch nicht so genau! Ich bin gerade auch ein bisschen so... Also Jay spielt das jetzt alleine! Ja! Wir scheinen jetzt nicht zu kaufen! Nein, ich spiele das mit Jay, whatever! Für den guten Zweck, ey! Jetzt! Ich hab den drücken, scheiße! Ah! Motherfucker! Ah! Ah! Deine Hand! Es tut zu weh! Komm, Sef! Oh, ist das geil! Das ist so geil eigentlich! Du, das ist doch Spaß! Ich hab beinahe gedrückt! Boah, da hab ich echt mitgekriegt, ey! Ich hab beinahe gedrückt! Da hab ich auch voll festgehalten! Ich hab den vollen Zug abgekriegt! Ah! Oh! Das ist doch ja nicht so viel! Das ist doch ein schönes Kribbeln im Nippel! Okay, wir gehen weiter zum nächsten Spiel, oder? Was? Wir haben noch ein anderes Salomage-Spiel? Ja, komm! Ah! Ah! Oh Gott, jetzt wird's auch noch interessant! Holy shit! Ah, ich glaub, ihr seid's immer steuern! Komm! Ah! 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 Gib mir mal die Ladung! Oh, in den linken Krediten! Nee, nee, nee! Nee, nee, nee! Nee, nee, nee! Nee, nee, nee! Ah! Ah! Was passiert denn hier? Was war das denn für'n Geräusch? Nooo! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott, Leute! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Scheiß auf das Spiel! Scheiß auf das Spiel! Scheiß auf das Spiel! Oh mein Gott! Alter! Wuh! Wuh! Ernsthaft! Pfff! Yeah! Wir haben sie! Eine Million Euro! Oder? Yeah! Hammergeil! Pfff! Es geht nicht! Ist kaputt! Pfff! I wish you a Merry Christmas! Wuh! Wuh! 100.000! Wuh! Wuh! Alter, wie geil! Das ist der Oberknaller! Das ist der Oberknaller! Der Obershit! Wuh! Wuh! Ja, und jetzt? Können wir uns mal alle freuen? Und jetzt? Wuh! 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 Leute, krass, ey! Komm schon! Echt? Wuh! Der Knaller! Gute Sache, wa? Das hast du toll gemacht! Du auch! Das hast du auch toll gemacht! Du auch! Das ist so ein Scheuer, Alter! Yes, sir! Boah! Das ist einfach so unfassbar, ey! Das ist so unglaublich! Das ist einfach... Boah! Stark! Ja, gute Sache, ne? Stark! Kann man mal machen! Kann man mal machen! Kann man mal machen! Kann man mal machen! Nächste wieder! Tschüss! Boah! 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 Ich dachte erst mit dem Bad, oh Scheiße! Was willst du denn bereuen? Alter, guck mal wie ich aussehe! Ich muss doch einkaufen gehen! Meine Nachbarn! Hier Ron, Jeremy, hab ich auch noch ein paar bei gehört! Boah! Ich glaube, wir sind soweit fertig! Ja, das war's! Du hast mich dabei... Ich hatte mich dabei... Vielen Dank.